um herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play League of Legends heute ist eine fast vollständige Pre-Made Gruppe heute sind mit dabei die Lara hallo der Marcel hallo und war ganz gut das Headset-Lase-Stellen so geschehen und Tacker gibt es nicht mehr auch der Tacker Tacker wird immer Tacker sein er ist jetzt Assmann standing ich hab Kekse dabei, ruhig gemacht auf das ist sehr gut das ist super ich hätte umskillen sollen, das macht mich grad traurig lass mich schreiben, du hast einfach nur APC-Ruhen drin ja, die Runen sind ja egal, aber ich hab meine Masteries noch von Oriana abgestimmt ja, Mana Regeneration wahrscheinlich noch drei Punkte drauf sehr gut wird mir grad schlecht zumindest geht jetzt Mana nicht aus ich glaub du musst ja oh, und OMW OMW, OMW OMG ich hab nen Silberrahmen, ich darf das hallo das entschuldige dich für dich doch wenn du Gold 5 wärst, dann was? was mit Gold 5? was hast du für Logik? Logik wonach schmecken das jetzt schon wieder? Redeswirn nein, nein Wirsing dieses Riesenschwerter sie redet Wirsing sorry, das ist ganz kurz die Aufnahme abgecut 10 Mana ey ich hab Nahe in der Mitte ist super cool was? was hab ich getan wir sag jetzt nicht Syndra und die Ah, ich hab Syndra von mir das macht's nicht besser irgendwie hier ist noch gar nichts ich werd wieder zu Tore gepokt na, ich denk ich werd dich als erstes gänken ich schieb mir ja okay wir vom Schau hey, ich hatte grad nen Lack weißt du da wieder ja ich werd fahren, nein es geht nicht das ist ja ganz ganz komisch komm ich dazu irgendwie wow, ich häng grad mein PC stürzt ab was zur Hölle echt? ne, es geht wieder aber ich weiß nicht was das eben war es hat mich eben gar nicht mehr ich hab auch was geleckt aber was ist denn das? okay zumindest auf der Botlane solltet ihr einen kleinen Vorteil haben weil Irelia kein Reich weiter aber Ash aber Ash Shake the Ash from me AAH die Irelia kommt mal nicht rein so, ich werd jetzt direkt unverzüglich auf die Toplane kommen ok? ja hat sie schon gebordet? na aber vorsicht du bist gegangen kurz zuviel zu dem Thema oh shit what the fuck ja gut job ja das mal unendliches Mahler macht sich grad echt bezahlt pass auf nieder es ist wieder ein Bosch, gell? ich weiß kriegst du das? oder muss ich kommen? nee bleib weg bleib weg wie gesagt ist okay ich wollte nur ein bisschen töten also ich komme sehr gut töten so macht man das drauf 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 wir sind zu dritt ok jetzt weiß ich nicht zu dritt da Attacke töten macht ihr Angst gleich macht sie den Ball of Steel mit töten 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 ja companies an es bringt voll glück sie sind auch nicht in der Sennstatt und bei uns wie sondern das ist in der selben Raum ich bin in der Paralleluniversen genau ach ja wenn das Wort alles gut in der Pfle ist ja unsere Hörer hat es nicht ja das ist auch wichtig wie wir zusammenhängen weil es ist wir sind einfach so ein fucking wunderhauen wir haben zwei Stück aus verpfalz ihren Felsen sind noch der Erdenböchten und so ein bisschen ich bin dann haben wir nach aus Sachsen und die Marcel in Österreich aus welchem Teil von Österreich kommst du eigentlich Steyrburg und es liegt wohl etwa im Süden ah so sagt mir gar nicht mir auch nicht aber es macht man so als ob an ihr kommt auf den Botlin Vorsicht da unten die Beine an ich will sie komm wir gehen auf sie drauf und da soll sie auf uns kommen es war nicht rausgekommen es war nicht rausgekommen wie sieht es auch mal auf der Toplin aus? easy ich wollte nichts anderes gehört haben also läuft im Moment, das ist schön ey Niederli, geh weg von meiner Leit geh weg ne einfach weg vor allem was ist denn das für eine Fresche da hat sie bloß 5 HP um ihn trotzdem pushen zu müssen das tut mir sogar der Rammus zu, ist ja Wahnsinn das stimmt mir sogar der Rammus zu, ist ja Wahnsinn ok ich bin für dich Anadi was? ne das nicht warum wollt ihr das wissen? obwohl ich hab keinen Mahner hmmm Jumbi 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 das hat sie bloß noch nicht so ganz bestanden ich ging über die Lane ach bei uns? ja ok weißt du, die sehen die stattdessen? ich weiß nicht, haben sie drin gewordet die wollte nicht vorhin mal ja, oh, wie sie gewordet haben vielleicht wusste du das auf einmal auf sie mach schon komm einmal noch oh wow schade 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 kann ja nicht immer funktionieren, aber war schön, den Steg und schön denken auch ja gell und war überhaupt nicht geworden da drin ne überhaupt nicht man ist wo Wurst drin die konnten mich nicht zu kommen sehen mit der Stelle ist vorhin ok, das ist schon wine weil er kann nicht so stark Oh ne, sie ist wieder da. Elise ist wieder da. Sie ist wieder da. Die, genau da. Die Mitte, sie. Die Pokémon. Die Pokémon. Look nach. Oh, nice. Ich hab gar keine Neid gebraucht. Okay. Topos ist der Space reinen. Sehr gut. Ich nicht. Ich bin nicht da. Ja, ich push nur kurz. Meine Maus, meine Maus. Was macht du denn hier? Meine Maus hängt mal gerade. Hängen geblieben. Jetzt hab ich's gerade gleich. Oh, ich schieße. Wir haben gedraket. Yes. Auf sie. 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 diese Uldi. Aus fünf Zentimeter Entfernung mitten in die Fresse. War schön, oder? Hängen, vorne in die Fresse. Das musste sein. Dort bei dem. Ich dachte, das wird sie vom Schaden her ungefähr hin, aber da kann man das auch mal machen. Im Ernst, du hast einen AP-Kner? Nee. Hat der überhaupt irgendwas auf AP? Was ist einer von euch? Hm, ich weiß nicht. Aber keine Ahnung. Na du, am Peng hängt das bestimmt nicht, dass du 29 fahren musst. Nein, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, was geht mit AP in deinem Ding? Vorsichtig. Schade. Double Rubberdance. Hat Spaß gemacht? Ja, schön. Hat sie die Toplane gewordet? Normal, Alter. Gut, weil dann. Der ist weg. Ash, es, es. Ash und es. Ah, nee, da ist er. Er kämpft nur in seinem Tower. Wollen wir drauf gehen? Jo. Okay, ich bin da. Attacke. Ja, ich bin tot. Warum hast du eigentlich mit Weile g'dyft? Und der Erste der Tote? Karsten. Warum hast du mit Weile g'dyft, Marcel? Wieso sollt ihr weiter um den Tower kämpfen, Arlan? Ich krieg's ja nicht allein down. Doch, du hast deine Uli, du kannst nicht sehen. Ja, das geht sich nicht aus. Ups. Ups. Öp. Jinx OP. Drinder OP. Rammus, Boo. Rammus, Feed. Ich muss immer der sein, der stirbt. Als Erster noch als Einziges. Oh, 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 oh. Holst du dir? Yes. Geht's ja ab. Nein! Ich glaub, da wär die Minigun besser gewesen. Dann hättest du's glaub' ich noch überlebt. Hey, denkst du ich kann da noch mal umschalten so schnell? Hätte auch noch mal die paar Sekunden gedauert. Ja! Nee. Markus? Ja? Brauchst du Mana Regeneration? Nein, ich hab keinen Mana. Egal, willst du das Blu haben? 10%? Reddorf wäre mir lieber. Es gibt irgendwie ein paar Leute, die schwören drauf. Wir haben zwar keinen Mana, aber die 10% die machen's. Ja, unbedingt. So. Okay, hm. In einer Minute ist der Dings ab. Meine Morgana hängt in deiner Ritter-Abträger. Lauf bei dem. Nein. Das Work-Over war echt nice. Geht kein Sofort-Item und auch kein Worts mehr. Ja, ja. Einmal geschossen. Das habt ihr noch nicht gesehen. Okay, attack ihn. Vollgas. GG. Yes. Na, ist der Weg? Oder ist er? Nein. 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 So, aber jetzt geh ich in mehr Base. Was zum... Er hat dann grad in die falsche Richtung geschmissen und es hat trotzdem noch in Wasser ein getroffen. Ja, das kommt ja dann zurück, wenn er's nicht fängt und fliegt dann halt noch. Wird stickt. Interessant. So, willst du Red haben? Oh, da kommt er. Ich glaube er. In 10 Sekunden ist ab. Yes. Ah, verdammt. Ich hab's nicht mehr draufgehalten. Die besten Sachen krieg ich natürlich nicht mehr drauf. Die Niederle rennt irgendwo dumm rum. Irgendwo hier. Wenn man herkommt. Cool, danke. Für dumm. Ah, dann war ich jetzt wieder weg. Ich hab mich mal Urge eingesetzt, gell. Was auch Angst. Oh, nicht also. Das war so eine Verzweiflung. Hab ich einfach... Ehrtrunk, ne? Ich hab gar nicht Ahnung gehabt. Ich hab überhaupt nicht nachgetaucht. Okay, ich bin relativ lowlife. Ich hab ein bisschen Feedback bekommen. Ein bisschen. Ja. Aaaah. Sechs eins. Hier hail. WIde. Ich bin schon mehr der Einzige Viele. Ja ist shove. Stev�ach. Go, 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 go. Ja! Hat sie dich genutzt? Ja, jo hatse. wieder. Ist sie hässlich. wieder. Ja, ja, ich bin kein V Dire. Ich hab Doppelkommen. Du bist doppelt so oft wie ich geschlaven. Wow, Tower Raid. Schau mir mal. Wenn ihr Blue ab ist, dann kriegst du den. Wo es eigentlich steht. Oh, Ash. Oh je, die will ich haben. Die ist mir. Ich hoffe, das ist alles. Nee, die kriegt man nicht. Kommt sie, Markus. Hilfe, 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 Hilfe. Wieder. Oh, die Ulti, sie fliegt. Und die Rede blockt. Schade. Verdammt, die hat mir mitgedacht. Oh, die sind die zwei, ich würde mich zurückziehen. Naht ist weg. Wir sind zu viert, das man muss. Ich glaube, der ist auf der Top. Jeder ist tauber, sondern Schilt. Es wird noch ein kleiner Graf, wenn wir sie. ich muss erst mal Tegas Farm klauen ich hab alles gekriegt, danke na, ich weiß, ich hab in dem Moment gelegt ach so gut, Nieder, der hat keinen Bock mehr jetzt gehen wir mal zu viel auf die Top-Titel totaler auf Sennrugge wegkommen verdammt extra noch reingeflecht da kannst du es nicht da ist nahe töten lol, Prümpfüßer 3000 Gold, ich mega das Spiel hat mich getroffen ich mega Yo, ist first time hier nicht, renn weg, renn weg Karten, renn da kommt Pfeil geflogen, Achtung hab's gefangen Karsten ich hab meinen Heel für dich rausgehauen ja, dann kann ich noch nix verwenden, wenn du zu dabbisch bist wenn du dich noch von der Schmerzenleitung vor dich, vor dich, vor dich Level 8 der Irelia, Vorsicht Wer kommt da? das war ironisch, ich wollte mit dem Achtung ja, ich dachte schon mehr, das wird sie von dir er hat schon fast Angst gekriegt oh, da kommt Sinn rein oh, sie sind die Falle reingerannt was, das Loch hier sind zwei irgendwie um die Ecke jetzt glaub da sind wir, die gehen runter zu tackern ja, wir, genau, wir zu tackern oder auch nicht, da kommt man ja wieder auf das geht denn ab vor die Party oh, so läuft das so läuft das so laufig, schicht, oder eh rot-weiß jetzt geht's blut, da ist es rot und dann febte Tekka, dann geht's weiß was was macht Tekka? 4.000 Gold, jetzt geh ich einkaufen ich hab das Gefühl, wir haben da drin gewordert Ich hab das Gefühl, wir haben da drin gewordert der kann der kann der kann der Flasch kaputt ok aaaaaaah na na ich sollte irgendwie ein bisschen auf Magieresistenz gehen hab das Gefühl 9 AP ja, das hab schon mehr AP mehr AP denn ich habe wieder ich habe wieder die 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 2 wie so was eigentlich gerade gegen den Stunt Immune ach komm das TS war so unnötig Ja, ich beschwer mich bei 12-0. Ich hab recht. Ich hab 0-4-4, also ich kann mich so nutzlos vorher irgendwie. Schon interessant, wenn man Games gewinnt, dann so richtig brutal hat. Aber man surrendert im Game, nur weil's meine ganze Optimierung schön läuft. Obwohl ich auch in der Theorie die Chance gehabt hätten. Was hast du gesagt? Ich hatte gerade Angst vor dir, oh mein Gott, die Niederlehrmacht hat. Gnarr! Nice. Yes. Wieso bist du gesagt? Nein, ich denk den Power jetzt nicht. Wuh! Wäh! Ich hätte gehofft, das wäre gut. Du geh mal weg. Nein. Wau! Ich hätte gehofft! Wau! 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 Waaah Oh, Disperspekt Ooooooh Ich wettete, Marco stirbt jetzt noch einmal Ah, shit Oh, der stirbt noch Real dick move Jetzt, jetzt, YES Shit Oh, 3000 Gold Geil Das macht einkaufen Gott Das heißt, man merkt gar nicht so viel, dass sie die wirklich genervt haben Du was, Irelia? Haben sie die genervt? Weiß nicht Die haben einige zämtchen genervt Ich rede von Akadi, die haben sie eigentlich genervt Und warum haben sie mal die genervt? Ähm Ich glaube ein bisschen weniger Schaden Und die E löst nicht mehr ihr Kuh aus Das muss ich wirklich angreifen Kaku Mach die Hälfte der Tore aus Ich bin nur, dass die Gegner noch irgendwie Geld geben Das ist nett Das finde ich gut von dir, mach weiter Yes Vor allem, ich habe einen einzigen Kill Deswegen Für mich kriegen sie eh kein Geld Was ist dich? Leer, miss click Miss click, so hard miss click Oh, ein Tanker Brauchst du ihn? Nein Pass auf, dass du keinen Mana Mangel bekommst Und? Soll uns nicht davon abhalten Ich bin bereit Und warum nach so? Aha Nach sooo Ich bin bereit Und warum nach so? Aha Nach sooo Ich bin bereit Ich bin bereit Recht Ein Elk Rumpen Das wird Die Die Musik Das wird Nicht continents Von Ich bin Das wird Wahrscheinlich Die Das Roberhaες T Die Als Post ang sheen Mann Ich hab irgendwie das Gefühl ich werde gleich wieder sterben. Oh, haben wir wieder so ne coolen Minions mit? Oh ne, komm, bleib dran. Bleib dran. Was für wen? Oh, was war das? Hat er Red Buff gehabt? Äh, weiß ich nicht. Ne, war er? Ne, hat er nicht gehabt. Wieso hat er mich bei ihm bekommen? Ich meine, ich wollte den nicht. Ich hab den verlangsamt, das war meiner. Boah, falsch, mir klickt er. Jo, sieh doch gut aus, ich glaub. Äh, vielleicht holen sie nochmal auf. Ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir's. Gott, war das knapp. Knapp, close one. Jo, ging doch ganz schnell. Söndra verliert den Top, ne? Das ist irgendwie traurig. Das ist aber... Das ist sehr, sehr traurig. Also für die Söndra. Gut, würd ich mal sagen, banden wir mal die Aufnahme, ne? Das war doch mal grandios. Ich bin begeistert. Ich auch. Und jetzt geht's. Zur Freude geh ich jetzt erstmal trainieren. Und an der Stelle grüße an Sandra, wenn du das hier siehst. Jetzt weißt du, ich bin ein alter Mann. Und dann wird schon angerufen. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao, grüße. Wasp Aunque war und einfach nur nur noch Pause nie die Zeit als SDES. Bis dann? Bis dann! Wir Chihen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017